Hallo, ich bin jetzt bei der Wasserbahn in Hamburg, auf dem Don muss man St. Pauli aussteigen und wir fahren nach Franksbeek, Gartenstadt, weil da ist ein Auto-Shop und ja, ich bin mit alles gefahren, Geisterbahn, Wasserbahn und Achterbahn. Und Achterbahn, ja, das war's. Und wir fahren, jetzt gehen wir gleich los. Nee, Mutti, kannst du auch Scooter fahren? Nee. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ich hab nicht mehr das Geld, muss noch einmal in der Hand kommen. Okay, dann gehen wir jetzt los. Ne? Und wir sehen uns in der U-Bahn Richtung Warmstbeek, Gartenstadt. Da ist ein Auto-Shop oder so. Keine Ahnung. In St. Pauli gibt's keinen. Guck mal, jetzt werden ein Foto gemacht. Hier ist ein Model. Ja. Nichts? Aber hier wird jetzt gerade, wer nicht hoch gemacht? Warte. Wo ist die Model? Hier hinten, da ist die... Siehst du wieder in dem Mantel? Ja. Ja. Ich bin... 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 Ja. Nimm bitte mir die Flasche ab, wirf die weg, hier. Keine John-Li... Ich bin King Mabel und Kenzybester. Ich bin Nacken Mabel! Juhu! Du steppst doch mal ganz schnell! Ich konnte keine Aufnahme machen, weil ich war am Boden. Ich konnte leider nicht alles füllen, aber jetzt füllen wir. Und wir gehen jetzt zu der U-Bahn. Lass uns zu der U-Bahn. Lass uns jetzt zu der U-Bahn gehen. Und jetzt sind wir auf dem Dome. Hey, Moria, Getue! Ne, was soll ich denn noch haben? Jetzt gebucht? Nein, reinpacken. So, jetzt... Nein, starten wir alle. Juhu!